Yo Leute, was geht? Mein Name ist Blatt Gaming und ich melde mich mal wieder zum Dienst zurück. Und ja, ich habe heute eine Bitte an euch und zwar möchte ich testen, wie aktiv und treu meine Community ist. Aus diesem Grund fordere ich euch hiermit heraus, dieses Video zu teilen. Ja, ich möchte einfach mal schauen, inwiefern meine Community bereit ist, mich zu unterstützen. Und deswegen bitte ich euch einfach, teilt dieses Video, sagt jedem, er soll mich abonnieren, deabonnieren, disliken oder sonst irgendwas. Ja, fette YouTube Beef ist am Start. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und reingehauen den letzten Satz, äh, ich mir rede einfach. Okay, danke.